Neues Spiel, neues Glück, wer traut sich, aber da war ein Gebolze, da haben wir einen Fehler gemacht. Magst du noch mal spielen? Komm, kannst du starten, komm. Es geht los, junge Mann. Starten. Tobias, los geht's. Jetzt fangen wir noch an, jetzt sind wir noch mal drei Sekunden. Jetzt geht's los, drei Sekunden. Was ist denn, wir schießen einen Tor gleich, schau. Du warst der Schnellste, ja. Oh, ja. Die sind nicht schwach. Die sind nicht schwach, die sind von unserem Tor. Ich spüre es, wenn du es regnest. Ja, dann schauen wir mal, ob sie schwach sind. Dann schießen wir auf Ihre. Ob sie wirklich schwach sind. Tobi macht lange. Die sind nicht schwach. Die haben mich ganz schön immer weg. Okay. Ja, der hat mich schon wieder erschossen. Ja. Ja, wir schießen schon Tor, die sind nicht schwach. Ja, okay. Die sind nicht schwach. Die sind nicht schwach gebrenzt. Die sind total schlecht. Ja, ja. Total schlecht sind die. Die haben uns richtig fertig gemacht. Schon 1-0 nachts. Da muss man mal besser schreiben. Scheiße, schon wieder einer mitgebolzt hat mir einer. Die wollen uns fertig machen. Die sind das spinneste Profis. Haben uns gesehen. Wir sind ja nur die Loser gegen die. Da spielen jetzt die richtigen Profis. Die es können. 2-0. Schau. 2-0. Die motzen uns nieder. Da verlieren wir jetzt. Ich glaube, da haben wir jetzt richtige Profis gegen uns. Die sind gut. Wir haben ja wieder jetzt. Der rast. Gerade richtig. Wir haben hinten keine Verteidigung. Wir brauchen einen dritten Spieler. Wo ist unser guter Mann? Scheiße. Scheiße. Die machen uns fertig. Okay. Ich glaube, die sind eine Nummer zu groß für uns. Also für uns Profispieler. Wir sind total schwach. Wir brauchen einen Torwart. Wo ist unser Kurt? Wo ist unser Kurt? Den haben wir verloren. Jetzt muss ich mal langsam kämpfen. Nein, es hat nichts gelangt für das. Da war zu schwach der Schuss. Die sind alle zu gut da. Scheiße. Da ist er schon wieder da. Jetzt da eins wenigstens. Ich hätte ihn auch beinahe noch reingeschoben. Ich habe einen Schuh von hinten noch gemacht. Aber es hat vom anderen schon gelangt. Der hat ihn schon reingeschoben gehabt. Aber ich hätte ihn beinahe noch nachgeschoben. Jetzt müssen wir mal ein bisschen auftragen. Wenn wir das noch gewinnen wollen. Oder? Schützt. Ich bin mit dem... Wir müssen wirklich aufdrehen, wenn wir das noch gewinnen wollen. Scheiße. 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 Uah, gerade noch. Uah, 5 einmal neig. Uiuiuiui. Ich spiele auch ganz schön verkehrt. Ich habe mir zu einer angeschossen. Das war jetzt knapp. Das sage ich dir. Ich bin mit dem Bolze. Scheiße. Tobi. Der Gschinser macht's. Ich habe ihn nicht mehr geschoben. Du hast mich auch geschoben, gell, von hinten. Ich hätte sonst das Tor geschossen. Wir schießen ihn auch in den Ball hin. Ja, der andere hat ihn reingeschossen. Aber wir haben ihn... Wir haben ihn auch nicht geschossen. Ja, weil dadurch habe ich nicht mehr geschossen können. Dadurch habe ich nicht mehr hingekommen dadurch. Aber es ist wurscht. Der andere hat ihn nicht reingebracht. Jetzt ist alles gut gelaufen. Oh, Scheiße. Was haben wir jetzt gemacht? Ich bin vorbeigefahren. Uah, 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 uah. Weg damit. Das ist eine Reingabe. Komm jetzt da. Tor. Latte. Uah, 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 uah. Das war Scheiße. Der andere war stärker. In die andere Richtung. Er war zu uns. Und die sind vor uns ein Tor. Ja, super. Da haben wir einen guten Spieler. Muss ich echt sagen. Wie der. Scheiße. Der ist gut. Der Mann. Der ist gut. Der Vincenz. Der kennt uns das 90e. Er ist gut. Er ist gut. Der ist gut. Er ist gut. Er ist gut. jetzt da rein schieben vor danke für die vorlage wow das ist ein traumerspieler kommen wir schaffen einen siegtreffer jetzt reißen wir uns zusammen schützt das war jetzt knapp wieder gut draußen ist er jetzt kommen wir noch mal ein schick jetzt ein weites kleinschuss und 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 wir drehen das spiel scheiße so nieder die mann am tor verteidigen 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 raus damit mit dem ball raus 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 zehn sekunden raus muss weg und scheiße drei sekunden noch ich bin da hinten scheiße da hat mich gut gut und noch mal gerade umgefallen match beendet wir sind die champions Kliman環境 z kampio fc bia 5 fc bayern fc bayern fc bayern fc bayern Untertitelung des ZDF, 2020